Ich habe mir fest vorgenommen, nie generellen Hass auf die Polizei zu entwickeln. Und das schaffe ich auch ohne Probleme. Manchmal aber, liebe Polizisten, macht es mir richtig schwer. Es geht um mein vorletztes Video. Ich habe über die Verkehrskontrolle durch die Polizei gesprochen. Und viele meiner Videos werden auch von Polizisten kommentiert. Fast täglich kommentieren irgendwelche Polizisten. Und meistens freue ich mich auch über die positive Kritik, Anregungen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Und jetzt zeige ich euch eine solche Ausnahme. Nämlich eine Diskussion, die ich mit einem Polizisten in den Kommentaren unter einem meiner Videos hatte. Es ging um die Verkehrskontrolle. Und die Grundfrage war, soll oder muss ich als Betroffener in der allgemeinen Verkehrskontrolle Maßnahmen der Polizei mitmachen, Atemalkohol, Urinprobe, Fragen beantworten oder eben nicht. Und wann geht der Verdacht los? Also bei welchem Anfangsverdacht kann die Polizei dann eine Blutprobe zum Beispiel anordnen? Ich zeige euch den ersten Kommentar. Wenn man nichts verbrochen hat, kann man doch mitwirken. Und ohne Probleme zum Beispiel mit dem Alkoholtest beweisen, dass man nüchtern ist. Eingeschränkt würde ich das sogar noch unterschreiben. Wenn man Zeit hat und hat kein Problem damit, dass man jetzt von der Polizei aufgehalten wird und die Polizisten sind nett, würde vielleicht ich sogar auch einen freiwilligen Atemalkoholtest mitmachen. Das ist auch so eine Unsitte geworden, der Polizei den Dienst unnötig erschweren. Also was in der Situation nötig und was nicht nötig ist, kann ich als freier Bürger immer noch selber entscheiden, solange die Polizei keine Rechtsgrundlage für Zwangsmaßnahmen hat. Dass ich der Polizei beantworte, wo ich herkomme, wo ich hinfahre, freiwilligen Atemalkoholtest, Urinprobe, dass die Polizei mein Auto freiwillig durchsucht, das ist alles meine freie Entscheidung. Und jetzt wird es richtig wild im Kommentar. Außerdem, kein Polizist konstruiert sich einen Anfangsverdacht. Wenn er erst mitmacht und dann anfängt, Zicken zu machen, hat er etwas zu verbergen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er schreibt erst, kein Polizist konstruiert sich einen Anfangsverdacht. Das heißt, seine Aussage ist, die Polizisten ergreifen nur Maßnahmen, wie die Anordnung einer Blutprobe zum Beispiel, die Polizisten ergreifen nur Maßnahmen, wenn es tatsächlich einen Anfangsverdacht gibt. Zum Beispiel Alkoholgeruch oder jemand hat extrem gerötete Augen, schwankt oder lallt extrem. Das ist ein Anfangsverdacht, wo die Polizei eine Blutprobe anordnen kann. Jetzt schreibt er, wenn er erst mitmacht. Das heißt, erst mitmachen deute ich jetzt so, ja, ich steige jetzt ein Auto aus, dann erkläre ich, wo ich herkomme, wo ich hinfahre, dass ich nichts mit Betäubungsmitteln zu tun habe, mache vielleicht noch einen Atemalkoholtest mit, Urinprobe mache ich aber nicht. Und dann schreibt er, wenn er erst mitmacht und er dann anfängt zu Zicken zu machen, hat er etwas zu verbergen. Dazu muss ich erklären, wir sprechen über freiwillige Maßnahmen. Atemalkoholtest oder Urinkontrolle sind freiwillige Maßnahmen. Wie kann ich auf die Idee kommen, dass das Ablehnen von freiwilligen Maßnahmen einen Anfangsverdacht begründet? Weil wenn ich mich dadurch verdächtig mache, dass ich freiwillige Maßnahmen nicht mitmache, dann sind die Maßnahmen nicht freiwillig. Dann könnte die Polizei ja einfach bei jeder Verkehrskontrolle, wie sie es ja sehr oft auch macht, aber dann könnte die Polizei bei jeder Verkehrskontrolle sagen, sind sie mit dem Atemalkoholtest einverstanden? Sind sie mit der Urinkontrolle einverstanden? Und wenn jemand sagt, nein, Anfangsverdacht. Also das kann doch nicht funktionieren. Und dann geht es weiter. Wer ordentlich mitarbeitet, ist auch schneller aus der Maßnahme entlasten. Ganz einfach. Also die Formulierung gefällt mir auch schon überhaupt nicht. Wer ordentlich mitarbeitet, ist auch schneller aus der Maßnahme entlassen. Entlassen klingt so, als wäre ich in Haft. Das ist mir viel zu, ja, ein viel zu starker Eingriff. Und das klingt mir viel zu sehr nach, ja, du bist jetzt in der polizeilichen Maßnahme, du bist jetzt hier gefangen. Und du gehst erst, wenn wir sagen, dass du gehen darfst. Ich habe ihm dann geantwortet, das, was du hier beschreibst, ist Konstruieren eines Anfangsverdachtes. Weil er schreibt ja, wenn du, solange du mitmachst, ist alles in Ordnung, aber wenn du anfängst, zicken zu machen, dann ist das ein Anfangsverdacht, weil wer nicht mitmacht, der hat ja was zu verbergen. Und hat was zu verbergen, ist kein Anfangsverdacht. Anfangsverdacht heißt, die Polizei braucht konkrete Tatsachen, aus denen sich strafbares Verhalten oder eine Ordnungswidrigkeit ableiten lassen. Wie ich schon sagte, Alkoholgeruch, Schwanken, stark gerötete Augen. Das sind konkrete Tatsachen. Wenn ich keinen Bock habe, eine Art im Alkoholtest mitzumachen, das sind keine konkreten Tatsachen. Weil, so wie er es beschreibt, wäre es ja so, wenn die Polizei fragt, haben sie Alkohol getrunken? Sage ich, äh, nein, natürlich nicht, ich bin Fahrer. Sind sie mit einem freiwilligen Art im Alkoholtest einverstanden? Wenn ich dann sage, äh, nein, also das möchte ich nicht, dann kann die Polizei ja sagen, aha, jetzt macht er zicken, weil er sagt zwar, wozu er nicht verpflichtet ist, dass er keinen Alkohol getrunken hat. Die Frage beantwortet er uns freiwillig, aber er verweigert den Atemalkoholtest. Der hat ja was zu verbergen, weil sonst könnte er den Atemalkoholtest machen. Und dann wird die freiwillige Maßnahme Atemalkoholtest zum Anfangsverdacht konstruiert. Das ist das Konstruieren eines Anfangsverdachtes. Und seine Antwort ist in meinen Augen traurig und skandalös und lässt es mir eiskalt den Buckel runterlaufen. Mit Nichten wird hier ein Anfangsverdacht konstruiert. Verweigert er sich von Anfang an, ist das ja kein Problem. Das heißt, wenn du von Anfang an nichts mitmachst, kein Wort redest mit der Polizei, das scheint für ihn in Ordnung zu sein. Nur warum wird er dann, nachdem er erst einmal mitwirkte, plötzlich eine Maßnahme, zum Beispiel eine Urinprobe, verweigern? Richtig, weil er genau weiß, dass diese positiv sein wird. Machen wir hier kurz Pause. Warum wird er denn erst mitwirken und dann aber irgendwann plötzlich eine Maßnahme verweigern? Ja, weil ich keinen Bock habe. Und ich erkläre es, ich lese euch jetzt dann meine Antwort auf diesen Kommentar vor, die es euch hoffentlich meiner Ansicht näher bringt. Und dann ist noch der letzte Absatz. Anwälte sehen das erfahrungsgemäß anders, jedoch mit unserer Sichtweise, also unsere Sichtweise, wir, die Polizei, jeweils durch die Staatsanwaltschaft und den Richter, somit zwei Volljuristen bestätigt. Ja, dazu später. Jetzt meine Antwort drauf. Ich bin dann etwas schroffer geworden, weil das, dieser Kommentar von ihm, so eine rechtsstaatsfeindliche Gesinnung aufzeigt, dass ich echt Schwierigkeiten habe, nicht beleidigen zu werden. Dass Staatsanwaltschaft, das ist meine Antwort jetzt, dass Staatsanwaltschaft und Gericht in aller Regel abnicken, was Polizisten treiben, ist mir auch bewusst, das macht es nicht richtiger. Das Ablehnen freiwilliger Maßnahmen ist definitiv kein Anfangsverdacht. Habe ich vorher schon erklärt. Anfangsverdacht heißt konkrete Tatsachen, die auf eine Straftat oder eine Verordnungswidrigkeit hindeuten. Da gibt es auch nichts zu diskutieren, das ist absolut eindeutig, das ist die gesetzliche Definition. Das vertritt auch nicht das Amtsgericht Buxtehude anders. Insbesondere bei der Urinprobe. Und das erkläre ich jetzt ohne, ihr könnt meinen Kommentar gerne durchlesen, ich erkläre es jetzt ohne meinen Kommentar. Das muss doch jedem, jedem Menschen mit einigermaßen funktionierendem Hirn und gesunden Menschenverstand einleuchten, dass ich vielleicht noch sage, wo ich herkomme, wo ich hin will, sage, dass ich keinen Alkohol getrunken habe. Vielleicht mache ich sogar noch die Atemalkoholkontrolle mit. Aber wenn der Polizist sagt, sind sie mit einem feinwilligen Urintest einverstanden? Das heißt, sie gehen jetzt hier auf offener Straße schnell zum Busch, ich schaue ihnen über die Schulter und sie pinkeln in den Becher. Das muss doch sogar dem menschenfeindlichsten und grundrechtsfeindlichsten dissozialen Polizisten auffallen, dass das kein Anfangsverdacht sein kann. Dass ich nicht in einen Becher pickeln möchte, während mir zwei Polizisten aufs Glied starren, muss auch für den letzten nachvollziehbar sein. Da es auf einen Anfangsverdacht zu schießen ist und Zwangsmaßnahmen anzuordnen, ist einfach nur strafbare Nötigung. Wie kann man darauf kommen, abgesehen davon, dass es juristisch schlicht und ergreifend bombenfalsch ist, wie kann ich darauf kommen, zu sagen, ja, wenn aber einer dann auf einmal nicht mehr mitmacht, dann ist das ein Anfangsverdacht, weil derjenige hat was zu verbergen. Das heißt, denkt er wirklich, dass derjenige, der sagt, nein, ich habe jetzt keinen Bock auf der Autobahnraststätte vor euch beiden Polizisten, die mir aus Glied starren, in einen Becher zu pinkeln, denkt er wirklich, dass das bedeutet, ich hätte was zu verbergen. Also bei der Gelegenheit, bitte nur nüchtern Auto fahren. Aber, also die 99% die nüchternen Auto fahren, die werden auch keinen Bock haben, dass die in einem Becher pinkeln, werden die in den Polizisten genau drauf starren. Sogar ohne Polizisten, die mir drauf starren, hätte ich da nicht so, ja, nicht so gerne Lust, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und dann geht's weiter, seine Antwort. Und die nächsten Kommentare bringen traurig den Zustand, teilweise den Zustand unseres Rechtsstaats zum Ausdruck. Das sehen, sein Kommentar, das sehen, Gott sei Dank, die Gerichte anders. Ist es nicht eher so, dass Sie sich hierbei als einzelner, dass Sie sich hierbei als einzelner Jurist gegen die Ansichten von mindestens zwei weiteren Juristen stellen? Ja, ist so. Die beiden unabhängig voneinander den Sachverhalt geprüft haben. Wenn diese Annahmen alle rechtswidrig sind, wieso werden dann nicht mehr Polizeibeamte verurteilt? Ich kann es dir ganz genau sagen, weil in aller Regel einfach, ich sage nicht in aller Regel, sondern weil, leider wir häufig die Erfahrung gemacht haben, dass Staatsanwaltschaft, Gericht und Polizei Hand in Hand zusammenarbeiten. Das heißt, egal wie rechtswidrig die Polizei sich aufführt, die Staatsanwaltschaft deckt es in 99% der Fälle und die Gerichte leider auch viel zu oft. Das heißt, dass eine polizeiliche Maßnahme von Staatsanwaltschaft und Gericht durchgewunken wird, ist kein Qualitätskriterium für die polizeiliche Maßnahme, sondern das ist ein negatives Qualitätskriterium für den Zustand der deutschen Justiz. Wenn euch Beispiele davon interessieren, dann schaut wahllos einfach drei meiner letzten Videos, von denen ich von echten Fällen von uns erzählt habe. Ich sage nur, Hausdurchsuchung, bei denen Polizei, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht und Landgericht sich einig sind, dass eine Durchsuchung der Wohnung verhältnismäßig ist wegen eines Joints. Verhältnismäßig. Und hier sind wir auch bei einem Thema eines meiner letzten Videos. Wenn diese Annahmen alle rechtswidrig sind, wieso werden dann nicht mehr Polizeibeamte verurteilt? Weil in Deutschland so gut wie keine Polizeibeamten verurteilt werden. Wir haben bei Polizeigewalt und bei rechtswidrigen Maßnahmen eine unglaublich hohe Dunkelziffer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du als Polizist verurteilt wirst, ist so verschwindet gering bei Polizeigewalt und rechtswidrigen Maßnahmen, dass es lächerlich ist. Es ist lächerlich. Und diese Frage zeugt nicht davon, dass die Maßnahmen in 99,999% der Fälle rechtmäßig sind, sondern diese Annahme zeigt nur, dass die Kontrolle fehlt und dass in Deutschland eine unabhängige Ermittlungsbehörde fehlt, die gegen Polizeigewalt vorgeht. Und zwar mit aller Härte, genauso wie die Polizei gegen Kleinstkriminelle vorgeht. Und zwar mit allerlei 성üssen... ...